Moin Leute und herzlich willkommen hier zum Train Simulator 2019. Ja, wir fahren heute einen Regionalzug nach Osnabrück. Wir starten im Bremen Hauptbahnhof und fahren dann nach Osnabrück, so wie wir das hier in unserer Fahrtliste sehen. Ja, wir werden über eine Stunde unterwegs sein, machen jetzt einmal unsere Lok hier stadtklar, Fahrtwender nach vorne. Dann werden wir natürlich einmal auch unsere Instrumentenbeleuchtung anmachen, den Führerstandsbeleuchtung an. Und dann unsere Bremse lösen wir, um uns auf einmal zu gucken, dass unsere Bremse hier auch richtig funktioniert. Störung! Unsere Bremse funktioniert auch. Jetzt haben wir natürlich unseren Stromabnehmer einmal abgeschalten. Wir heben ihn wieder, haben wir noch ein bisschen Zeit zum Abfahren. Der Hauptschalter ist auch an. Dann schauen wir einmal, ob wir schon, äh, nein, wir haben noch keine Genehmigung zum Weiterfahren. Die Bremse ist gelöst. Ja, unsere Abfahrt ist um 18.08 Uhr. In einer Minute fahren wir hier in Bremen Hauptbahnfluss mit unserem Alpion Mahl-Express. Ja, schauen wir mal, was die Fahrt uns heute bringen wird. Dazu machen wir noch einmal das Licht vorne an. Okay, wir brauchen genau diese Einstellung. Ja, ich fahre eigentlich ohne diesen, äh, ja, ohne dieses Skript hier oben. Aber, um euch das einmal zu zeigen, werde ich hier alles anlassen. Auch hier links, äh, wo wir halten werden. Wie viel Uhrzeit, ob wir pünktlich sind, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Wir haben grünes Licht. Unsere Strecke ist freigegeben. Jetzt warten wir nur noch, bis wir jetzt hier losfahren können. Bis wir unsere Abfahrtszeit von 18.08 Uhr erreicht haben. Dann würde ich sagen, steigen wir ein und auf geht unserer Fahrt. So, unser Zug setzt sich jetzt langsam in Bewegung. Wenn wir auch einmal von außen schauen, folgt unser Fahrt jetzt in Bewegung. Ja, und nähern wir uns langsam mal, wie wir diesen 60 dürfen Sie hier fahren. Sehr geehrte Fahrgäste, guten Abend, wir begrüßen Sie in Regionalexpress nach Osnabrück, über Bahnsdorf, äh, Diepholz. Unser nächster planmäßiger Halt ist gegen 18.16 Uhr für Schweizer. Ja, man hat es jetzt gehört. Wir sind jetzt unterwegs. Wir laufen zu unserem ersten Halt, hier auf der Strecke. Ja, dann wünsche ich allen jetzt eine angenehme Fahrt, hier in Ticklo und Bahnsdorf. Ja, unsere Sicht ist heute nicht ganz so gut. Oh, wir kriegen das schon hin. Und hier in der Strecke ist noch ein paar Fahrten zu fahren. was so 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 Ja, ich war hier bis zum 1, 2, 1, 16 km. Ja, ich war hier. Das kommt auch schon in uns an. Ja, ich bin ein bisschen auf die Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, weiter geht's. Ja, ich hab jetzt ein bisschen zu weit hin und geholfen. Ich muss dann beim nächsten bisschen davon machen. Ja, ich hab jetzt ein bisschen zu weit hin und geholfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, wie es das Ding ist, jetzt ist es, man. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir müssen jetzt eigentlich auch gleich die Streckungsfreigabe bekommen, dass wir schnell abfahren dürfen. 60. Jetzt können wir lieber Vollgas geben. Ja, das eine Signal, ich habe die Anforderungen etwas zu früh gewählt, aber das ist nicht weiterschwimmen und ist ja auch das erste Gameplay, was ich hier aufnehmen habe. Wir sind ja noch nicht mit uns gespielt, aber ich finde, dass das erste Mal stark ist. Ich finde das echt gut. Wir können hier mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr so davon seid und so ein bisschen spürt, warum ich hier schlage. Jetzt genießen wir das noch in weiterfahrt. Jetzt können wir auch das noch in die Kommentare rein. Und dann können wir auch mal unten in die Kommentare rein. Ich finde das sehr gut. Wir sind ja auch hier. Wir sind ja auch hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020